Überraschende Verkündung von Sarah Finna-Wolny. Trotz intensiven Kinderwunsch blieben Sarah Finna-Wolny und Ehemann Peter viele Jahre kinderlos. Mittlerweile gab es für das Paar in dieser Hinsicht aber ein dreifaches Happy End, oder sogar ein vierfaches. Sarah Finna-Wolny, wir haben vier Kinder. Bevor Sarah Finna und Peter am 18. Mai 2021 erstmals richtige Eltern wurden, holten sich die beiden nämlich eine Art Probikind ins Haus. Punkt gemeint ist natürlich ihr Hund Fievel. Daran hat sich durch die Ankunft von Emory, Casey und Hoop nichts geändert. Im Gegenteil. Fievelino ist nach wie vor ein festes Familienmitglied, und laut Sarah Finna-Wolny sogar ihr viertes Kind. Schade, wollte wissen, wie es Fievel geht. Dann eben beim nächsten Mal, hatte ein Instagram-Follower der 29-Jährigen kürzlich am Ende einer Fragerunde geschrieben. Punkt Sarah Finna, die kurz zuvor angegeben hatte, ihren Kindern gehe es gut, ließ das nicht auf sich sitzen und entgegnete, Fievel zählt zu unseren Kids. Ihm geht's sehr gut. Diese liebevolle Bemerkung zeigt, dass die Stellung des Hundes innerhalb der Familie keinesfalls geschwächt wurde. Wollny Hund ins Tierheim abgeschoben? Gerüchte um Fievels Verbleib. Es ist nicht das erste Mal, dass Wollny Fans nervös werden, wenn sie den kleinen Spitzmal länger nicht zu Gesicht bekommen. Punkt vor geraumer Zeit kursierten Gerüchte, dass Fievel in ein Tierheim in Mönchengladbach abgegeben worden sei, nachdem Sarah Finna und Peter mit ihren Zwillingen sowie Töchterchen Hub Angel Silvia in die Türkei gegangen waren. Punkt diese Spekulationen führten zu großer Besorgnis unter ihren Fans. Sarah Finna machte daraufhin deutlich, dass diese Behauptungen haltlos sind. Punkt Leute, hört auf, so einen Bullshit zu schreiben. Hier ist unser kleiner Fievelino, der ist bei uns in der Türkei, wetterte sie auf Social Media. Fievel wurde im Sommer 2022 als Welpe von Silvia Wollny und ihrem Lebensgefährten Harald Elsenbast als Geschenk überreicht. Seitdem ist er ein festes Familienmitglied, war sogar an Sarah Finnaß und Peters Hochzeit dabei und führte das Bad zum Traualtar. Die Wollnys, Wut um Sarah Finnaß und Peters Hund Fievel, die ständigen Vorwürfe und Gerüchte um Fievel gehen Sarah Finna seit Jahren auf die Nerven. In einer emotionalen Instagram-Story betonte sie, weil ich die Zwillinge nicht jeden Tag zeige, habe ich die auch abgegeben? Was soll denn so ein Bullshit? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Lügen zu verbreiten? Mit ihrer neuesten Aussage hat Sarah Finnawollny nun einmal mehr klargestellt, wie viel ihr der Hund bedeutet. Punkt Hundebesitzer, innen werden verstehen, wie sie Fievel mit Emoray, Casey und Hope Angel Silvia in eine Kategorie packen kann, denn zu ihren Vierbeinern haben Menschen nicht selten eine elternkindähnliche Bindung. Zum Teil Zum Teil